Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der 12 Jahre nach dem Dicke und heute habe ich das Spiel Atterygea Fusion. Genau, viel Spaß. Ich spiele Skraden und habe ich das schon mal gespielt. Das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Er sagte auch herzlich willkommen zurück. Also das heißt ich habe das Spiel schon mal gespielt. Abba Skip Ok 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 Also ich muss meinen Namen eingeben. Also glaube ich nicht, dass ich das Spiel schon hatte. Das kann ich jetzt ziemlich gut kampf. Das kann ich gut kampf. Es ist auf jeden Fall so aufgebaut wie Azulein das Spiel. Aber Azulein ist ja mit Schiffen und da das hier Ateli wie heißt. Obwohl das sieht man ja mit normalen Figuren. sowieso witzig sind nicht so weit. Aber das wird schon eine Kamera rausgelegt. Genau. wo muss ich jetzt hin? dahin Ah, da kennt er mich wahrscheinlich von Asurge Okay, also spielst du. Das war Ähnlichkeit mit ein paar anderen Spielen. Ok, ok. Und die 10 Minuten sind auch schon vorbei. Weil das Hochlei hat ja schon wie lange gedauert? Ich meine, 22 Minuten dauert. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 um wir schauen wie das aussieht also alles die Superwaffe dann nehme ich mal P bei den eh P und die nicht mal ach so, das ist auch Freunde, das auch und das ist Einag hier geht immer noch ja und 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 Ich habe das Wälder. Das ist wirklich einfach ein kleines Wälder. Bitte sehen Sie hier. und für die skip ich sammle jetzt erst mal die roten punkte ein wenn ich welche finde oh ich kann meine engel Event. Event. Wo kann ich denn neue Charaktere finden? Das sind bestimmt meine Leute. Oh. Mein Team. Die rumkratzen kann ich nicht dazu setzen. Warte mal. Hier. Hier. Achso. Dann schauen wir mal weiter. Die sind noch gesperrt. Einen habe ich. Davon auch einen. Achso. Das sind die gleiche. Okay. Dann war erstmal ein Gold. Hüppisch. Komachi. Willkommen im Team. Ach. Mehr. Das ist doch gut. Er fängt mir gleich dem Essen aus. So. Hüppisch. 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 Also Teufel ist wahrscheinlich am besten. Ich denke mal ist legendär. Okay. Haben wir die schon mal gemacht. Jetzt. Dem. 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 Der geht nicht mehr. Wie war die hier? Der weißig. Oder hier aus? Ich denke mal so. Lieder! Wir probieren einen Relieter zu beschwören. Und PÜH. ruhig 3 sterne gut dann gehen wir jetzt mal raus gehen in team rein teufel hör zu was war das andere 4 teufel ist diese 2 4 3 4 5 da gibt es bestimmt noch einen sterben weiter und gut das war es da die gleiche oh 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 internet denke ich schon werden wir gleich sehen eine mission oh 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 mail auf battle mails genau das ist meine aufstellung oh 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 okay okay wir haben einmal die superwaffe von ihr die werden wir uns anschauen die kennen wir zwar schon okay 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 es ist die nächste step okay Geh-disch? Oh! Ui! Flamme! Das war's für heute. ok die nächste station aber jetzt sind wir ja die leute auch richtig einsortieren ich bin davon ausgegangen das geht davon jetzt rechts weil ich immer nach rechts kämpfe kommen die dinge sind aber man muss auf die punkte achten alles ein bisschen verwirrend für mich für mich für mich cooles spiel gefällt mir schöne animation passt schon ganz schnell ganz easy oh jetzt kommt der boss Da wurde ich gekriegt vom Teufel. Da wurde ich gekriegt vom Teufel. Story bla 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 Come on girl Music Ich hab den ganzen Text durchgelassen Bestimmt Bestimmt hab ich das gemacht Sicher Sicher Das ist aber eine lange Story Man kann ja auch skippen 30 Runden sind das 12 von 30 Ah ne 12 von 30 Sterne Okay Das heißt also es sind 10 Runden Die werde ich auch jetzt nicht anspielen Ich werde jetzt so eine Runde spielen Und Ich würde sagen Reicht es auch schon Ist ja auch schon 4 Uhr Und ich kann Automatik einschalten Also ich kann mich nicht mit selber Aber wir schauen mal was dazu Ja 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 Das war's für heute. Das ist die Niemann in Stang-Mapos. gut dann würde ich jetzt mal fangen das war's für heute cooles spiel ich habe so viele sachen bei gescheittern stellt die rote punkte ein kassieren und dann würde ich mir sagen das war es für heute und so kann ich beenden ich würde mich freuen wenn ihr mit dem spiel dabei seid viel spaß und auf wiedersehen